Kapitel 7 Das Wort Yoruya hatte ich noch nie gehört, deshalb stellte ich Tantchen, als sie am folgenden Abend ein Näh-Tablett auf dem Boden der Eingangshalle fallen ließ und mich bat ihr aufräumend zu helfen, neugierig die Frage. Was ist ein Yoruya, Tantchen? Tantchen antwortete nicht, sondern fuhr fort, eine Garnspule aufzuwickeln. Tantchen? begann ich abermals. Das ist die Sorte Haus, wo Hatsumumu enden wird, wenn sie das kriegt, was sie verdient, antwortete sie. Wie sie anscheinend nicht mehr sagen wollte, blieb mir nichts anderes übrig, als es dabei zu belassen. Meine Frage war zwar nicht beantwortet worden, doch irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Satsu sogar noch mehr leiden musste als ich. Also begann ich darüber nachzudenken, wie ich mich bei der nächstmöglichen Gelegenheit zu dieser Yoruya namens Tantzuyu stehen konnte. Leider gehörte zu den Strafen, die mir auferlegt wurden, weil ich Mamiahas Kimono reuniert hatte. Ein 50-tägiger Hausarrest in der Okia. Die Schule durfte ich besuchen, solange Kürbisköpfchen mich begleitete. Botengänge durfte ich nicht unternehmen. Vermutlich hätte ich einfach zur Tür hinauslaufen können, wenn ich gewollt hätte, aber ich war klug genug, auf etwas so törichtes zu verzichten. Denn erstens wusste ich nicht genau, wo ich Tantzuyu suchen sollte. Und zweitens, noch schlimmer, würde Herr Beck oder jemand anders im selben Moment, da man meine Abwesenheit entdeckte, auf die Suche nach mir geschickt werden. Vor wenigen Monaten, erst war aus der Okia nebenan, eine junge Dienerin geflohen, die schon am nächsten Morgen zurückgebracht wurde. Das arme Mädchen wurde während den folgenden Tagen so furchtbar geschlagen, dass ihre Wegschrei kaum zu ertragen war. Manchmal musste ich mir die Finger in die Ohren stecken, um es nicht mehr anzuhören zu müssen. Ich sah ein, dass mir nichts anderes übrig blieb, als zu warten, bis die 50 Tage verstrichen waren. Währenddessen konzentrierte ich mich darauf, mir Möglichkeiten auszudenken, wie ich Hatsumomo und Großmama ihre Grausamkeiten heimzahlen konnte. An Hatsumomo rächte ich mich, indem ich Taubendreck, den ich von den Trittsteinen im Innenhof entfernen sollte, abkratzte und den unter ihre Gesichtscreme mischte. Da die Creme, wie ich schon sagte, bereits einen Teil Nachtigalldreck enthielt, schadete ihr das vermutlich nicht sehr, doch es erfüllte mich mit Genugtuung. Ein Großmama rächte ich mich, indem ich den Toilettenlappen an der Innenseite ihres Nachtkleides abwischte und war entzückt, als ich sah, wie sie verwundert daran schnupperte, obwohl sie es nicht auszog. Bald schon entdeckte ich, dass die Köchin beschlossen hatte, mich unaufgefordert ebenfalls für den Kimono-Zwischenfall zu bestrafen, indem sie meine Fischration verringerte. Wie ich ihr das heimzahlen konnte, wusste ich nicht, bis ich eines Tages sah, dass sie mit dem Holzhammer eine Maus durch den Hofkorridor verfolgte. Wie sich herausstellte, hasste sie Mäuse noch mehr, als sie Katzen taten. Also holte ich Mäusedreck unter dem Fundamentstein des Haupthauses hervor und verstreute ihn überall in der Küche. Ja, eines Tages bohrte ich mit einem Essstäbchen sogar ein Loch in einen Leinenwandsack voll Reis, damit sie sämtliche Schränke aufräumen und nach Zeichen von Nagetieren durchsuchen musste. Eines Abends, als ich noch auf war und auf Hatsumomo wartete, hörte ich das Telefon klingeln. Gleich darauf erschien Yoko und stieg die Treppe hinauf. Als sie wieder herunterkam, hielt sie Hatsumomos Chamisen zerlegt und in einen Lackkasten verpackt in der Hand. Das hier soll sie zum Mizuki-Teehaus bringen, erklärte sie mir. Hatsumomo hat eine Wette verloren und muss auf den Chamisen ein Lied spielen. Ich weiß zwar nicht, was in sie gefahren ist, aber sie weigert sich, das Chamisen zu benutzen, das ihr das Tierhaus angeboten hat. Ich glaube, sie will nur Zeit schinden, denn sie hat seit Jahren kein Chamisen mehr in der Hand gehabt. Yoko wusste anscheinend nicht, dass ich Hausarrest hatte und das war eigentlich nicht verwunderlich. Für den Fall, dass sie einen wichtigen Anruf verpasste, durfte sie das Dienstbotenzimmer nur sehr selten verlassen und wurde in keiner Weise ins lebende Okia einbezogen. Ich nahm das Chamisen entgegen, während sie ihren Kimono-Mantel überzog, um nach Hause zu gehen. Nachdem sie mir erklärt hatte, wie ich zum Mizuki-Teehaus kam, schlüpfte ich zitternd vor Nervosität, dass man mich aufhalten könnte am Eingang in meine Schuhe. Die Dienerinnen und Kursköpfchen, ja sogar die drei älteren Frauen, schliefen längst und Yoko würde innerhalb weniger Minuten das Haus verlassen. Die schien mir plötzlich die Chance zu sein, endlich meine Schwester zu suchen. Über mir hörte ich Donnergräuen und die Luft roch nach Regen, also hastete ich an Gruppen von Männern und Gehschoss vorbei durch die Straßen. Einige Passanten warfen mir seltsame Blicke zu, denn zu jener Zeit gab es in Gion noch Männer und Frauen, die sich ihr Geld als Chamisen-Enträger verdienten. Allerdings handelte es sich dabei um ältere Menschen, keine Kinder. Es hätte mich nicht gewundert, wenn einige Leute, an denen ich vorbeikam, ergewöhnten, ich hätte das Chamisen gestohlen und laufe nun mit ihm davon. Als ich das Mizuki-Teehaus erreicht hatte, begann es zu regnen, doch der Eingang war so elegant, dass ich ihn nicht betreten wagte. Die Wände hinter dem kleinen Vorhang in der Türöffnung waren von einem weichen Orangschrot mit dunklem Holz geschmückt. Ein Pfad aus polierten Stein führte zu einer riesigen Vase, in der knorrigen Ahornzweige mit ihren leuchtendroten Herbstblättern arrangiert waren. Schließlich nahm ich all meinen Mut zusammen und durchschritt den Vorhang. Neben der Vase zweigte ein breiter Gang mit einem Boden aus grob poliertem Granit ab. Ich erinnerte mich noch daran, wie überrascht ich war, dass all diese Schönheiten, die ich sah, nicht mal der Eingang zum Tierhaus selbst war, sondern nur der Weg, der den Eingang führte. Er war von exklusiter Schönheit, wie es ja wohl auch angebracht war. Denn obwohl ich es nicht wusste, sah ich eins der exklusivsten Teehäuser von ganz Japan. Und dein Teehaus ist nicht zum Teetrinken da, sondern die Männer gehen dorthin, um sich von Geishas unterhalten zu lassen. Kaum hatte ich den Eingang betreten, da wurde vor mir die Tür aufgeschoben. Eine junge Dienerin kniete auf der erhöhten Plattform dahinter und blickte auf mich herab. Anscheinend hatte sie meine Holzschuhe auf den Steinen gehört. Sie trug einen dunkelblauen Kimono mit dem dezenten grauen Muster. Ein Jahr zuvor hätte ich sie für die junge Herrin dieses außerordentlich schönen Etablissements gehalten. Nach so vielen Monaten in Gion jedoch erkannte ich sofort, dass der Kimono zwar weitaus schöner war als irgendetwas in Yoraido, aber dennoch zu schlicht für eine Gisha oder die Herrin eines Teehauses. Und ihre Frisur war natürlich ebenso schlicht. Dennoch war sie weit eleganter, als ich und blickte verächtlich auf mich herab. »Geh nach hinten«, sagte sie. »Hatsumuma hat gebeten, dass, geh nach hinten«, wiederholte sie und schob die Tür zu, ohne auf eine Antwort zu warten. Da es inzwischen heftiger regnete, trabte ich eilig eine schmale Gasse neben dem Teehaus entlang. Als ich ankam, wurde die Hintertür aufgeschoben und dort erwartete mich kniend die Dienerin von vorhin. Sie sagte kein Wort, sondern nahe mir schweigen den Chameisen Kasten aus den Armen. »Freulein«, sagte ich, »darf ich eine Frage stellen? Können Sie mir sagen, wo ich das Miyagawacho-Viertel finde?« »Was willst du denn da?« »Ich muss etwas abholen«, sie musterte mich. Mit einem merkwürdigen Blick sagte er mir dann, ich solle am Fluss entlang gehen, bis ich an das Minamisa-Theater vorbeikommen sei. Dort beginne das Miyagawacho-Viertel. Ich beschloss unter dem Vordach des Tierhauses zu warten, bis es aufgehört hatte zu regnen. Als ich mich ein wenig umsah, entdeckte ich einen Gebäudeflügel, der zwischen den Zaunlatten hindurch zu sehen war. Ich presste ein Auge an den Zaun und sah dadurch einen wunderschönen Garten bis zu einem Glasfenster. Dahinter saßen ein bezauberndes, ganz orange-rotes Licht gebadeten Tatami-Zimmer, eine Gruppe von Männern und Gehschas um einen Tisch voller Sacketassen und Biergläser. Auch Hatsumumu sah ich dort, so wie einen tiefäugigen alten Mann, der eine Geschichte zu erzählen schien. Hatsumumu amüsierte sich über irgendetwas, offensichtlich jedoch nicht über das, was der Alte sagte. Immer wieder sah sie zu einer anderen Geisha hinüber, die mir den Rücken zukehrte. Unwürgürlich dachte ich an das letzte Mal, da ich in ein Tierhaus hineingespäht hatte, mit Herrn Tanakas kleiner Tochter Kumako. Und plötzlich stieg jenes Gefühl von Schwere in mir auf, das ich vor so langer Zeit an den Gräbern der ersten Familie meines Vaters empfunden hatte, als zöge mich die Erde zu sich hinab. Ein ganz bestimmter Gedanke ging mir in den Kopf herum, bis ich ihn nicht mehr ignorieren konnte. Ich wollte ihn abwehren, aber es gelang mir ebenso wenig, diesen Gedanken loszuwerden, wie es dem Wind gelingen kann, nicht mehr zu blasen. Also trat ich zurück, sank mit dem Rücken zur Tür auf die steinernen Eingangsstufen und begann zu weinen. Ich konnte nicht aufhören, an Herrn Tanaka zu denken. Er hatte mich von meinen Eltern getrennt, mich in die Sklaverei verkauft und meine Schwester in etwas weit Schlimmeres. Ich hatte ihn für einen freundlichen Menschen gehalten. Ich hatte ihr gedacht, er sei so vornehm, so weltläufig. Was für ein dummes Kind ich doch gewesen war. Ich beschloss, nie wieder nach Yorairo zurückzukehren. Und wenn doch, dann nur um Herrn Tanaka zu sagen, wie sehr ich ihn hasste. Als ich schließlich wieder aufstand und mir mit meinem nassen Gewand die Augen wischte, hatte der Regen nachgelassen. In der Luft hing nur noch ein feiner Sprühnebel. Die Pflastersteine der Gasse funkelten im Licht der Laterne wie Gold. Ich kehrte zum Minamisat-Theater mit seinem riesigen Ziegeldach zurück, das mich an den ersten Tag, als Herr Becker und Satsu und mich vom Bahnhof hierher brachte, an einen Palast erinnert hatte. Die Dienerin im Mizuki-Tierhaus hatte mir gesagt, ich solle bis hinter das Theater am Fluss entlang gehen. Aber der Weg am Fluss hörte am Theater auf. Also folgte ich stattdessen der Straße hinter der Minamisat. Nach einigen Blocks befand ich mich in einer unbeleuchteten, fast menschenleeren Gegend. Damals wusste ich es nicht, aber die Straßen waren vor allem wegen der Weltwirtschaftskrise so leer. Zu jeder anderen Zeit wäre es im Miyagavacho-Viertel vermutlich sogar noch belebter gewesen als in Gion. An jenem Abend birgte es sehr trist und das war es wohl noch immer. Die Holzfassaden erinnerten zwar in Gion, aber es gab keine Bäume, keinen hübschen Shirakawawach, keine luxuriösen Hauseingänge. Das einzige Licht kam von Glühbirnen in den offenen Haustüren. Dort saßen alte Frauen auf ihren Hockern, neben sich fast immer zwei andere Frauen, die ich für Geshas hielt. Sie trugen Kimonos und Haarschmuck, die denen der Geshas glichen. Aber ihr Obi war vorn gebunden, statt auf dem Rücken. Das hatte ich noch nie gesehen. Damals wusste ich es nicht zu deuten, aber es ist das Zeichen der Prostituierten. Eine Frau, die ihren Gürtel die ganze Nacht an- und ablegen muss, hat keine Zeit, ihn sich immer wieder nach hinten zu binden. Mit Hilfe einer dieser Frauen fand ich das Tatsuyo. In einer Sackgasse mit nur drei weiteren Häusern. Alle hatten Schilder neben der Tür hängen. Ich kann Ihnen nicht beschreiben, was ich empfand, als ich das Schild mit der Aufschrift Tatsuyo sah. Aber mein ganzer Körper schien so sehr zu kribbeln, dass ich fürchtete, jeden Moment zu explodieren. Im Eingang des Tatsuyo saß eine alte Frau auf einem Hocker und unterhielt sich mit einer weit Jüngerin, die auf der anderen Straßenseite ebenfalls auf einem Hocker saß, obwohl im Grunde nur die Alte redete. Mit Aufklach von den grauen Gewand und ein paar Zoris an den Füßen lehnte sie sich an den Türrahmen. Die Zoris waren aus grobem Stroh geflochten, wie man sie auch in Yuraido sah. Ganz anders als die schönen Lackzoris, die Hatsumomutsu in Kimonos trug. Überdies waren die Füße der Alten nackt, statt mit glatten Seidensocken bekleidet, die wir Tabi nennen. Dennoch streckte sie diese Füße mit den verwachsenen Nägeln aus, als wäre sie stolz darauf und wollte, dass jeder sie zu Gesicht bekam. Nur nach drei Wochen. Dann seht ihr mich ja nie wieder, sagte sie gerade. Die Herrin glaubt, dass ich wiederkomme, aber ich denke nicht daran. Die Frau meines Sohnes wird gut für mich sorgen, weißt du? Klug ist sie nicht, aber sie arbeitet fleißig. Hast du sie nicht kennengelernt? Wenn ja, erinnere ich mich nicht mehr, sagte die Frau auf der anderen Straßenseite. Da wartet übrigens ein kleines Mädchen darauf, mit dir zu sprechen. Siehst du sie nicht? Jetzt sah mich die Alte zum ersten Mal an. Sie sagte nichts, sondern zeigte mir mit einem stummen Kopfnicken, dass sie mir zuhörte. Bitte, Herrin, sagte ich. Haben Sie ein Mädchen namens Satsu? Wir haben keine Satsu, antwortete sie. Ich war so erschrocken, dass ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Doch die Alte wurde auf einmal ohnehin hellwach. Denn an mir vorbei hielt ein Mann auf den Hauseingang zu. Sie erhob sich halb und verneigte sich mehrmals mit den Händen auf den Knien. Wir kommen, sagte sie dabei. Als er ins Haus gegangen war, ließ sie sich wieder auf ihren Hocker nieder und streckte die Beine aus. Warum stehst du immer noch da? fuhr mich die Alte an. Ich habe dir doch gesagt, wir haben hier keine Satsu. Habt ihr doch? Widersprach die junge Frau von der anderen Straßenseite. Eure Yukio, die hieß früher einmal Satsu, das weiß ich genau. Mag ja sein, sagte die Alte. Aber für dieses Mädchen hier haben wir keine Satsu. Ich werde mir doch nicht für nichts und wieder nichts Probleme aufhalsen. Ich wusste nicht, was sie damit meinte. Bis die jüngere Frau leise entgegnete, ich sehe nicht aus, als hätte ich einen einzigen Sen bei mir. Und damit hatte sie völlig recht. Die Sen-Münze, der hundertste Teil eines Yen, war damals noch weitgehend im Umlauf, obwohl man mit einem einzigen Sen beim Straßenverkäufer nicht mal eine leere Tasse kaufen konnte. Seit ich nach Kyoto gekommen war, hatte ich noch keinen einzigen Sen in der Hand bekommen. Wenn ich Botengänge erledigte, bat ich darum, die Ware auf das Konto der Nito-Okiya zu setzen. Wenn sie Geld wollen, sagte ich, wird Satsu sie bezahlen. Warum sollte sie bezahlen, um mit Leuten wie dir zu reden? Ich bin ihre kleine Schwester. Sie winkte mich zu sich und als ich gehorchte, packte sie mich bei den Armen und drehte mich um. Sieh dir dieses Mädchen an, sagte sie zu der Frau auf der anderen Straßenseite. Sieht sie vielleicht wie eine kleine Schwester von Yukio aus? Wenn Yukio so hübsch wäre wie die hier, wären wir das beliebteste Haus der ganzen Stadt. Du bist eine Lügnerin, das bist du! Damit schickte sie mich mit einem kleinen Stoß wieder auf die Gasse hinaus. Ich musste zugeben, dass ich Angst hatte. Aber meine Entschlossenheit war stärker als meine Angst. Und nachdem ich bisher gekommen war, dachte ich nicht daran, einfach zu gehen, nur weil diese Frau mir nicht glaubte. Also machte ich kehrt, verneigte mich vor ihr und sagte, Wenn ich den Eindruck erwecke, eine Lügnerin zu sein, so entschuldige ich mich dafür, Herrin. Aber das bin ich nicht. Yukio ist meine Schwester und wenn sie so freundlich wären, ihr zu sagen, dass Chiyo hier ist, wird sie ihm bezahlen, was sie verlangt. Offenbar hatte ich damit die Richtige gesagt, denn endlich wandte sie sich an die jüngere Frau auf der anderen Straßenseite. Geh du für mich hinauf! Du hast heute Abend nichts zu tun, außer dem Macht, mir meinen Hals zu schaffen. Ich werde hier bleiben und die Kleine im Auge behalten. Die Jüngere erhob sich von ihrem Hocker, überquerte die Gasse und betrat das Tatsuo. Ich hörte, wie sie drinnen die Treppe hinaufstieg. Schließlich kam sie wieder zurück und sagte, Yukio hat einen Kunden. Sobald er fertig ist, wird man ihr sagen, dass sie runterkommen soll. Die Alte schickte mich auf die andere Seite der Tür, wo ich mich in den Schatten hinankommen sollte, weil man mich dort nicht sehen konnte. Ich weiß nicht, wie lange ich dort gehockte. Aber die Sorge, jemand in der Okia könnte entdecken, dass ich nicht da war, wuchs von Minute zu Minute. Ich hatte zwar einen Grund, die Okia zu verlassen, obwohl Mutter trotzdem zornig auf mich sein würde, doch ich hatte keinerlei Vorwand, so lange wegzubleiben. Schließlich kam mein Mann heraus, der mit einem Zahnstocher in seinen Zähnen herumstocherte. Die Alte erhob sich, um sich zu verneigen, und dankte ihm für seinen Besuch. Und dann hörte ich den schönsten Laut, den ich je gehört hatte, seitdem ich nach Kyoto gekommen war. Sie wollten mich sprechen, Herrin? Es war Satsus Stimme. Ich sprang auf und stürzte aus sie zu. Sie stand in der Türöffnung und ihre Haut wirkte fahl, fast grau. Möglicherweise nur, weil sie ein Kimono in grellen Gelb- und Rottönen trug. Die Lippen hatte sie mit einem knalligen Lippenstift bemalt, wie Mutter ihn trug. Sie war damit beschäftigt, ihren Gürtel vorne zu binden, wie die Frauen, die ich auf dem Weg hierher gesehen hatte. Ich war so erleichtert, sie zu sehen und so erregt, dass ich es mir kaum verkneifen konnte, mich in ihre Arme zu werfen. Und doch Satsus stieß einen Schrei aus und bedeckte ihren Mund mit der Hand. »Die Herrin wird zornig auf mich sein«, sagte die Alte. »Ich bin sofort wieder da«, erklärte Satsu und verschwand wieder im Tatsuo. Einen Augenblick später war sie zurück und ließ mehrere Münzen in die geöffnete Hand der Alten fallen, die er sagte, sie dürfe mit mir das Reservierzimmer im Erdgeschoss benutzen. »Al wenn du mich husten hörst«, ergänzte sie, »bedeutet das, dass die Herrin kommt, also beeilt euch.« Ich folgte Satsu in den düsteren Eingang des Tatsuo, das Licht dort war eher bräunlich als gelb und es roch überall nach Schweiß. Unter der Treppe befand sich eine Schiebetür, die aus den Schienen gefallen war. Satsu zerrte an ihr, bis sie offen war und mit einiger Mühe gelang es ihr auch, sie hinter uns wieder zu schließen. Wir standen in einem winzigen Tatami-Zimmer, dessen einziges Fenster mit Papier bespannt war. Das Licht von draußen genügte mir, Satsus Gestalt zu erkennen, nicht aber ihre Züge. »Ach, Chio«, seufzte sie und kratzte sich das Gesicht, oder wenigstens dachte ich, dass sie sich das Gesicht kratzte, denn ich konnte nicht gut sehen. Es dauerte einen Moment, bis ich merkte, dass sie weinte. Da konnte ich meine Tränen auch nicht mehr zurückhalten. »Es tut mir so leid, Satsu«, sagte ich, »es ist alles meine Schuld.« Irgendwie stolperten wir in der Dunkelheit aufeinander zu, bis wir uns in die Arme hielten. Wie ich mich erinnere, war mein einziger Gedanke, dass sie furchtbar knochig geworden war. Sie strich mir über die Haare, was mich sofort an meine Mutter erinnerte, sodass ich nach mir weinte. »Still, Chio-Chan«, flüsterte sie mir, das Gesicht dicht an meinem, ins Ohr. Ihr Atemroch irgendwie stechend. »Wenn die Herrin merkt, dass du hier warst, werde ich verprügelt. Warum hast du so lange gewartet?« »Ach, Satsu, es tut mir so leid. Ich weiß, du bist zu meiner Urkehr gekommen.« »Vor Monaten.« »Die Frau, mit der du gesprochen hast, ist ein Ungeheuer. Sie wollte und wollte mir deine Nachricht nicht geben.« »Ich muss weglaufen, Chio-Chan. Ich kann ja nicht länger bleiben. Ich komme mit.« »Wir werden nach Hause zurückkehren. Unter meinem Tatami-Matten oben habe ich einen Eisenbahnfahrplan versteckt. Ich habe Geld gestohlen, wann immer es ging. Ich habe genug, um Frau Kishino zu bezahlen. Sie wird jedes Mal geschlagen, wenn ein Mädchen entkommt. Sie wird mich erst gehen lassen, wenn ich sie bezahlt habe.« »Frau Kishino? Wer ist das?« »Die alte Dame an der Haustür. Sie geht fort. Keine Ahnung, wer ihren Platz einnehmen wird. Ich kann nicht länger warten. Dies ist ein fürchterlicher Ort. Sieh zu, da hast du niemals in einem Haus wie diesem Allhandesthio.« »Aber jetzt solltest du gehen. Die Herrin wird jeden Augenblick auftauchen.« »Aber warte doch mal. Wann wollen wir davonlaufen? Warte in der Ecke da drüben. Und es bricht kein Wort. Ich muss hinaufgehen.« Ich gehorchte. Während sie fort war, konnte ich hören, wie die alte an der Haustür einen Mann begrüßte, der dann mit schweren Schritten die Treppe über meinen Kopf hinauf stolperte. Irgendjemand kam eilig herunter und die Tür wurde wieder aufgeschoben. Ein Moment geriet ich in Panik, aber es war nur Satsu, die sehr bleich aussah. »Am Dienstag.« »Dienstag am späten Abend werden wir fliehen. Heute in fünf Tagen. Ich muss hinauf, Tio. Ich habe einen Kunden.« »Einen Moment, Satsu. Wo treffen wir uns? Und wie viel Uhr?« »Ich weiß es nicht. Um eine Uhr morgens. Aber wo ich da ist, das kann ich jetzt nicht sagen.« Ich schläge vor, wir sollten uns beim Minamisat-Theater treffen. Aber Satsu meinte, dort seien wir zu leicht zu finden. Also einigten wir uns auf die Stelle am anderen Flussufer, die dem Theater gegenüber lag. »Ich muss jetzt gehen«, sagte sie. »Aber Satsu, wenn ich nur nicht weg kann oder wenn wir uns verfehlen.« »Sei einfach dort, Tio. Ich habe nur diese eine Chance. Ich habe gewartet, solange ich konnte. Du musst jetzt gehen, bevor die Herrin nach Hause kommt. Wenn sie dich hier erwischt, werde ich wohl nie fliehen können.« Es gab noch so vieles, was ich hier sagen wollte. Aber sie führte mich auf den Flur hinaus und zwängte die Tür hinter uns wieder zu. Ich hätte gewartet, bis sie die Treppe hinaufgestiegen war. Aber in diesem Moment packte mich die Eilte an der Haustür beim Arm und zerrte mich in die dunkle Straße hinaus. Im Lausche trabte ich von der Minagigacho-Viertel nach Hause und war erleichtert, als ich die Okia ebenso still vorfand, wie ich sie verlassen hatte. Ich schlich mich ins Haus und kniete im Mattenlicht der Eingangshalle nieder, um mir mit den Ärmeln den Schweiß von der Stirn und Hals zu wischen und allmählich wieder zu Atem zu kommen. Gerade versuchte ich, mich zu beruhigen, weil ich glücklicherweise nicht erwischt worden war, als mein Blick zur Tür des Dienstbotenzimmers wanderte und ich entdeckte, dass sie auf einem Spalt offen stand, gerade ebenso weit genug, dass ein Arm hindurch passte. Mir lief es eiskalt den Rücken hinab. Niemand ließ diese Tür jemals auf dieser Art offen. Solange es nicht erstickend heiß war, blieb sie ganz geschlossen. Als ich jetzt hinsah, glaubte ich drinnen, ein Rascheln zu hören. Ich hoffte, dass es eine Ratte war, denn wenn es keine Ratte war, waren es wieder einmal Hatsumomo und ihr Freund. Ich wünschte mir so intensiv, dass ich, wenn ich so etwas möglich wäre, die Zeit dazu gebracht hätte, rückwärts zu laufen. Ich stand auf und schlich schwindelig vor Angst und mit staubtrockener Kehle zum ungepflasterten Hofkorridor hinab. Als ich Tür des Dienstbotenzimmers erreichte, presste ich ein Auge an den Spalt, um hineinzuspähen. Sehr viel sehen konnte ich nicht. Wegen des feuchten Wetters hatte Joko am frühen Abend in dem Glutbecken, das in den Boden eingelassen war, Holzkohle in Brand gesetzt. Nur ein schwaches Glühen war davon übrig geblieben. Und in dieser matten Beleuchtung waren sich etwas Kleines, Weißes. Fast hätte ich einen Schrei ausgestoßen, als ich es sah. Denn ich war sicher, dass es sich um eine Ratte handelte, deren Kopf auf und ab ging, während sie auf etwas kaute. Zu meinen Sätzen hörte ich sogar feuchte, schmatzende Lauter aus ihrem Mund kommen. Sie schien auf etwas anderem zu stechen. Worauf? Das konnte ich nicht erkennen. Auf dem Boden in meine Richtung ausgestreckt lagen zwei Bündel, die ich für Stoffballen hielt. Die Ratte fraß etwas, was Jokko im Zimmer vergessen haben musste. Gerade wollte ich die Tür zuschieben, weil ich fürchtete, das Ding könnte zu mir in den Hofkorridor hinausfliehen, als ich das Stöhnen einer Frau vernahm. Und plötzlich hob sich weiter hinter der Stelle, an der die Ratte nagte, ein Kopf. Und hat sowieso starrte mich an. Erschrocken sprang ich von der Tür zurück. Was ich für ein Stoffballen gehalten hatte, waren ihre Beine. Und die Ratte war alles andere als eine Ratte. Es war die bleiche Hand ihres Freundes, die aus seinem Ärmel hervorragte. Was ist denn? Hörte ich die Stimme des Freundes fragen. Ist da jemand? Es ist nichts, flüsterte dazu Momo. Da ist jemand. Nein, da ist keiner, behauptete sie. Ich dachte, ich hätte etwas gehört, aber da ist niemand. Ich bezweifelte keinen Moment, dass Hatsumomo mich gesehen hatte. Aber anscheinend wollte sie nicht, dass ihr Freund etwas davon erfuhr. Hastig entfernte ich mich wieder, um den Hauseingang niederzuknien. Ich fühlte mich so zerschlagen, als wäre ich von einem Bus überfahren worden. Eine Zeit lang hörte ich aus dem Dienstbotenzimmer noch Stöhnen und andere Geräusche. Dann hörte es auf. Als Hatsumomo und ihr Freund schließlich auf den Hofkorridor heraustraten, sah mir ihr Freund direkt ins Gesicht. Wir Kleinen von der Eingangshalle, sagte er. Die war nicht da, als ich herankam. Ach, die brauchst du dich zu beachten. Sie war heute Abend ein ungezogenes Mädchen und hat die Okia verlassen, obwohl es ihr verboten war. Mit der rede ich später. Also war da doch jemand, der uns nachspioniert hat. Warum hast du mich angelogen? Kuljisan. Sagte Hatsumomo. Du hast heute Abend aber keine sehr gute Laune. Du bist nicht dem geringsten überrascht, dass sie da ist. Du wusstest es die ganze Zeit. Mit langen Schritten kam Hatsumomos Freund zur Eingangshalle herüber, wo er stehen blieb und mich finster anfunkelte, bevor er in den Eingang hinab trat. Ich hielt den Blick gesenkt, aber ich spürte, wie ich putterrot wurde. Hatsumomo Alter an mir vorbei, um ihm mit seinen Schuhen behilflich zu sein. Dabei hörte ich, wie sie mit flehentlichen, fast winselndem Ton auf ihn einredete. So hatte ich sie noch nie mit einem Menschen sprechen hören. Bitte, Kuljisan, sagte sie, beruhige dich doch. Ich weiß nicht, was du heute Abend hast. Bitte, komm doch morgen wieder. Ich will dich morgen nicht sehen. Ich finde es furchtbar, wenn du mich so lange warten lässt. Ich treffe mich mit dir, wo du willst und wenn es auf dem Boden des Flussbettes sein muss. Ich habe keinen Ort, wo ich mich mit dir treffen kann. Meine Frau beobachtet mich ohnehin schon allzu argwöhnisch. Dann komm doch wieder hierher. Wir haben das Dienstbotenzimmer. Wenn es dir Spaß macht, rumzuschleichen und dich zu bespitzeln zu lassen, von mir aus. Aber lass mich in Ruhe, Hatsumomo. Ich will nach Hause. Bitte, sei mir nicht böse, Kuljisan. Ich weiß nicht, warum du heute so bist. Versprich mir nur, dass du wiederkommst, auch wenn es nicht gleich morgen ist. Einmal muss es vorbei sein, antwortete er. Das habe ich dir doch die ganze Zeit gesagt. Ich hörte, wie die Außentür aufgeschoben und wieder geschlossen wurde. Nach einer Weile kehrte Hatsumomo in die Eingangshalle zurück und starrte blicklos den Hofkorridor entlang. Schließlich wandte sie sich mir zu und wischte sich die Tränen aus den Augen. So, kleine Chiyo, sagte sie, du hast also deine hässliche Schwester besucht, oder? Bitte, Hatsumomo-san, flittig. Und dann bist du hier zurückgekommen, um hier nachzuspionieren. Das sagte Hatsumomo so laut, dass eine der älteren Dienerinnen weckte, die sich auf einen Ellbogen stützte, um uns zu beobachten. Geh wieder schlafen, du dumme Alte, schrie Hatsumomo-san. Die Dienerin schüttelte den Kopf und legte sich wieder hin. Hatsumomo-san, ich werde alles tun, was sie wollen, beteuerte ich hastig. Ich will keinen Ärger mit Mutter haben. Natürlich wirst du tun, was ich will, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Mit Ärger hast du Ihnen schon genug. Ich musste Ihnen das Chamisent bringen. Das war über eine Stunde. Du bist zu deiner Schwester gegangen und hast mit ihr gesprochen. Wie ihr von ihr fliehen wollt, hältst du mich etwa für blöde und dann bist du zurückgekommen, um mich zu bespitzeln. Bitte, verzeihen Sie mir, sagte ich. Ich wusste doch nicht, dass Sie hier sind. Ich dachte, es wäre... Ich wollte ihr erzählen, dass ich eine Ratte gesehen zu haben meinte, aber das hätte sie wohl kaum freundlich aufgenommen. Sie musterte mich noch eine Weile, dann ging sie nach oben auf ihr Zimmer. Als sie zurückkam, hielt sie etwas in der Faust. Du möchtest mit deiner Schwester fliehen, nicht wahr? sagte sie. Ich halte das für eine gute Idee. Je früher du die Okia verlässt, desto besser für mich. Manche Leute meinen, ich hätte kein Herz, aber das ist nicht wahr. Die Vorstellung, dass du mit dieser fetten Kuh auf und davon gehen willst, um irgendwo Muttersehen allein auf dieser Welt dein Brot zu verdienen, ist rührend. Je schneller du von mir verschwindest, desto besser für mich. Steh auf! Ich erhob mich, obwohl ich Angst vor dem hatte, was sie mir antun würde. Was immer sie in ihrer Faust hielt, sie hatte vor, es in den Gürtel meines Gewandes zu stecken. Doch als sie auf mich zutrat, wich ich zurück. Sieh doch! Damit öffnete sie die Hand. Sie enthielt eine Anzahl gefalteter Geldscheine. Ich wusste nicht genau, wie viel es war, aber weit mehr Geld, als ich je gesehen hatte. Das habe ich für dich aus meinem Zimmer geholt. Du brauchst dich nicht bei mir zu bedanken. Nimm's einfach. Du kannst es gut machen, indem du aus Kyoto verschwindest, damit ich dich nie wiedersehen muss. Tantchen hatte mir geraten, Hatzumumu niemals zu trauen, selbst wenn sie sich erbot, mir zu helfen. Doch als ich daran dachte, wie sehr Hatzumumu mich hasste, begriff ich, dass sie im Grunde gar nicht mehr half, sondern sich selbst, wenn sie mich los wurde. Ich stand ganz still, während sie mein Gewand griff und die Scheine unter meinen Gürtel schob. Ich spürte, wie ihre blanken Nägel meine Haut berührten. Sie drehte mich um, damit sie meinen Gürtel neu binden konnte, weil sie verhindern wollte, dass die Scheine ins Rutschen kamen. Und dann tat sie etwas sehr Seltsames. Sie drehte mich wieder um und begann mir mit einem fast mütterlichen Ausdruck über den Kopf zu streicheln. Allein die Vorstellung, dass Hatzumumu freundlich zu mir sein könnte, war so abwegig, dass ich das Gefühl hatte, als wäre eine Schlange an mir emporgekrochen und schmiegte sich an mich wie eine Katze. Und bevor ich wusste, wie mir geschah, griff sie plötzlich bis auf meine Kopfhaut durch, beleckte in furchtbarer Wut die Zähne, packte eine Hand voll meiner Haare, zehrte so heftig daran, dass ich auf die Knie fiel und aufschrie. Ich hatte keine Ahnung, was das sollte. Gleich darauf zog Hatzumumu mich wieder auf die Füße und schleifte mich die Treppe hinauf, indem sie meinen Kopf an den Haaren hintete. Und dort hin riss. Dabei schrie sie mich wütend an, während ich selbst so laut schrie, dass es mich nicht gewundert hätte, wenn alle Leute in der Straße aus dem Schlaf hochgesteckt wären. Oben im ersten Stock rüttelte Hatzumumu an Mutters Tür und rief nach ihr. Mutter öffnete sehr schnell, während sie noch ihren Gürtel bann und sah sehr zornig aus. Was ist los mit euch beiden? fragte sie. Mein Schmuck, sagte Hatzumumu, diese dumme, ein tödliches Mädchen und begann, mich wütend zu schlagen. Ich konnte mich nur noch auf den Fußboden zu einem Ball zusammenrollen und sie unter Tränen bitten, aufzuhören, bis Mutter sie irgendwie zurückhielt. Inzwischen war auch Tantchen aus ihrem Zimmer gekommen. Ach Mutter, sagte Hatzumumu, auf dem Rückweg zu Okia habe ich heute Abend zu sehen geglaubt, wie die kleine Chio am Ende der Kasse mit einem Mann sprach. Ich habe mir nichts dabei gedacht, denn ich wusste ja, dass sie das nicht sein konnte. Sie darf doch die Okia gar nicht verlassen, aber als ich in mein Zimmer kam, fand ich den Schmuckkasten durchwühlen und lief schnell zurück, gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie Chio dem Mann etwas überreichte. Sie wollte weglaufen, aber ich habe sie erwischt. Mutter sah mich sehr lange schweigend an. Der Mann ist entkommen, fuhrte Hatzumumu fort, aber Chio hat, glaube ich, etwas von meinem Schmuck verkauft, um Geld zu bekommen. Sie will nämlich aus der Okia fliehen, Mutter, das ist jedenfalls mein Eindruck, und das, nachdem wir alle so nett zu ihr waren. Also gut, Hatzumumu, sagte Mutter endlich, das reicht. Du und Tantchen, ihr geht jetzt in dein Zimmer und seht nach, was fehlt. Komm, war ich mit Mutter allein, blickte ich von dort, wo ich auf den Boden kniete, zu ihr empor und flüsterte, das ist nicht wahr, Mutter. Hatzumumu war mit ihrem Freund im Dienstbotenzimmer, sie ist aus irgendeinem Grund wütend und lässt es an mir aus, ich habe ihr nichts gestohlen. Mutter schwieg. Ich war nicht einmal sicher, ob sie mich gehört hatte. Kurz darauf kam Hatzumumu zurück und erklärte ihr, fehle eine Brosche, die sie als Schmuck von ihr an Obi zu tragen fliegte. Meine Smaragdbrosche, Mutter, sagte sie immer wieder und weinte wie eine erstklassige Schauspielerin. Sie hat diesem schrecklichen Mann meine Smaragdbrosche verkauft, es war meine Brosche, wofür hält sie sich, dass sie es wagt, mir so ein kostbares Schmuckschmück zu schielen? Durchsucht das Mädchen, befall Mutter. Einmal, als ich ein kleines Mädchen von ungefähr sechs Jahren war, beobachtete ich, wie eine Spinne in einer Haussecke ein Netz spannen. Bevor die Spinne noch fertig war, verfing sich eine Mücke in ihrem Netz. Anfang schenkte sie die Spinne ihr keine Beachtung, sondern fuhr mit ihrer Arbeit fort. Erst als sie fertig war, stach sie sie auf ihre dünnen Beinen hinüber, um der armen Mücke den Todesbiss zu versetzen. Als ich da auf dem Holzboden saß und Susa, wie Hatzumumu kam, mit ihren dünnen Fingern nach mir griff, wusste ich, dass ich in meinem Netz gefangen war. Dass sie für mich gesponnen hatte. Ich konnte nicht erklären, woher das Geld kam, das ich in meinen Gürtel trug, als sie es herauszog, nahm Mutter es ihr ab, um es zu zählen. Du bist ein Dornkopf, eine Smaragdbrosche für einen so geringen Betrag zu verkaufen, sagte sie mir. Vor allem, da es dich beträchtlich mehr kosten wird, sie zu ersetzen. Sie stopfte das Geld in ihr eigenes Nachtgewand und sagte zu Hatzumumu, du bist heute Nacht hier in der Okia mit einem Freund zusammen gewesen. Hatzumumu erschrak, aber sie zögerte keinen Moment mit ihrer Antwort. Wie kam sie auf seine Idee, Mutter? Eine lange Pause entstand, dann sagte Mutter zu Tantien, halt ihre Arme fest. Tantien packte Hatzumumu bei den Armen und hielt sie von hinten fest, während Mutter die Säume von Hatzumumus Kimono in Hüfthöhe auseinander zog. Ich dachte, Hatzumumu würde sich wehren, aber das tat sie nicht. So ich bohrte mich mit einem eiskalten Blick, während Mutter das Komischimaki hochraffte und ihre Knie auseinander drückte. Dann griff ihre Mutter zwischen die Beine und als ihre Hand zurückzog, waren ihre Fingerspitzen nass. Sie rieb Daumen und Zeigefinger aneinander und roch daran. Dann holte sie mit der Hand aus und versetzte Hatzumumu eine kräftige Ohrfeige, die einen feuchten Streifen hinterließ.